Was sind infantile Krämpfe? Infantile Krämpfe beziehen sich auf subtile Anfallsaktivitäten bei einem Baby und nicht auf ein normales Showdown aufgrund eines kalten Zuges oder einer plötzlichen Überraschung. Tatsächlich weist das Auftreten von infantilen Spassmen darauf hin, dass eine Art von Epilepsie vorliegt. Die körperlichen Symptome sind auch sehr spezifisch. Der Säugling wölbt sich gewöhnlich zurück oder verdoppelt sich, während die Arme und Beine starr werden. Ein Baby kann an einem einzigen Tag hunderte von kindlichen Krämpfen erleiden, meistens direkt nach dem Stillen oder nach dem Aufwachen aus dem Nikarchen. Auch als West-Syndrom bekannt, tritt dieser Zustand am häufigsten im Alter zwischen 4 und 8 Monaten auf. Anfälle können bis zum Alter von 5 Jahren anhalten. Die genaue Ursache der infantilen Spassmen ist zwar nicht immer feststellbar, sie ist jedoch im Allgemeinen auf eine gestörte Entwicklung des Nervensystems im ersten Lebensjahr zurückzuführen. Dieses Szenario kann jedoch durch andere Faktoren wie ZB-genetische Störungen, Stoffwechselstörungen und neurologische Schäden verursacht werden, die durch eine Verletzung verursacht werden, die während der Geburt oder sogar während der Neugeborenenzeit erlitten wurde. Während viele Kinder diese Anfälle mit zunehmendem Alter aufgeben, entwickeln viele andere später leider andere Probleme, wie das Lennox-Gastaut-Syndrom, eine Art von Epilepsie. Es gibt eine Reihe von Begriffen, die im Zusammenhang mit dieser Erkrankung neben dem West-Syndrom häufig verwendet werden. Zum Beispiel wurde diese Störung als Blitznix-Alarm-Krämpfe, Jagdkneffe-Konvulsionssyndrom, generalisiertes Flexionsepilepsie-Syndrom, Erklampsianutans und mehrere andere Namen bezeichnet. Infantile Krämpfe werden jedoch jetzt als der bevorzugte medizinische Begriff angesehen. Bei der Diagnose dieser Störung werden einige Hauptfaktoren berücksichtigt, vor allem das Alter bei Beginn, die Positionierung während der Belagerung, die Anzahl der beobachteten Anfallskluster und Anomalien des Elektron-Cephalogramms. Letzteres ist Anlass für eine genaue Untersuchung, da das Vorhandensein von Hypsarythmin oder eratischen Eckmustern ein Schlüsselindikator für infantile Krämpfe ist. Darüber hinaus wird die Anamnese des Kindes auf frühere Inzidenz von Problemen untersucht, von denen bekannt ist, dass sie mit dieser Störung in Verbindung stehen, beispielsweise hypoxische ischämische Enzephalopathie. Schließlich folgen in der Regel verschiedene neurologische Tests, Imagingscans und Stoffwechseltests. Die Behandlung variiert mit jedem Kind. Die Behandlung besteht jedoch in den meisten Fällen typischerweise aus der Verwendung von Corticosteroiden wie Prednison. In einigen Fällen kann Adrenocortico-Tropes-Hormon verabreicht werden, manchmal in Kombination mit dem Wirkstoff wie Gabatrin. Verschiedene Medikamente gegen Epilepsie werden auch zur Behandlung von kindlichen Krämpfen eingesetzt, darunter Topiramat und Lamotriken. Wenn sich herausstellt, dass die Störung durch Läsionen im Gehirn verursacht wird, kann eine Operation erforderlich sein, um diese zu entfernen.